Hallo, ich bin Tramula Keller. Ich mache das KV bei der Havli Armaturen AG in Siernach und ich bin im dritten Lehrjahr momentan und ich würde euch gerne heute meinen Arbeitsalltag vorstellen, meine Tätigkeiten und was ich den ganzen Tag machen muss. Am besten kommen wir da jetzt ganz schnell mit. Momentan bin ich in der Abteilung Beschaffung und zu meiner Hauptaufgabe gehörte Auftragsbestätigung buchen, das ist die Bestätigung unserer Bestellung, dann Lieferschein holen, im Lager mit den Rechnungen zusammenstellen und dann die Rechnung ja auch sofort buchen. Nebst meiner Hauptaufgaben in der Abteilung darf ich auch den Mitarbeitern alles mitwirken, ich darf helfen, das Catering organisieren, das Essen, Tischdekorationen vorbereiten und noch viele weitere Sachen. Für das KV habe ich mich entschieden, da ich sehr gerne Sprachen lerne und die Arbeiten bei der Havli machen mich auch sehr grosse Freude, weil ich viel selbstständig arbeite und oft mit Kunden und Lieferanten in Kontakt bin. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag bekommen und wenn es euch gefallen hat, dann bewirbt euch euch gleich bei uns.